Hallo Marc, Ihre Worte zu diesem Spiel heute? Wir waren nicht glücklich mit unserem letzten Spiel. Wir kamen einfach raus und hatten die Dinge, die wir tun wollten. Wir haben es einfach einfach gemacht. Hast du in der Karriere angefangen in der Defensive? Ja, ich spielte da, als ich jünger war. Ich spielte da auf der Powerplay, so es war etwas anderes. Ich habe meine Meinung in der Spiel, so es war gut. Der dritte Goal, den du in Powerplay gespielt hast. War es dein Goal, oder war es Yannick Hamm, der die Defensive hat? Der dritte Periode? Yannick tippte es, ich glaube. Es war ein guter Tipp und eine gute Position, also es war gut. Okay, so ich denke, die Party hat bereits angefangen. Ja, ja, ja. good. External ist оно Anywalk ender 15 Da